Ich lerne Deutsch. Nummer 15.970 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Gestern habe ich eine interessante Person kennengelernt. Gestern habe ich eine interessante Person kennengelernt. Mit einem Teddybären kann man in die Welt der Geborgenheit eintauchen. Drücken Sie dreimal kurz auf den grünen Knopf, dann funktioniert das Gerät wieder. Drücken Sie dreimal kurz auf den grünen Knopf, dann funktioniert das Gerät wieder. Der Begriff verklemmt beschreibt eine Person, die in ihrem Verhalten oder ihrer Ausdrucksweise gehemmt, unsicher oder übermäßig zurückhaltend ist, oft aus Angst vor sozialer Verurteilung. Im Aquarium beobachten die Kinder, wie die Fische auf verschiedene Experimente reagieren. Im Aquarium beobachten die Kinder, wie die Fische auf verschiedene Experimente reagieren. Von jeder Sonnenblume können wir fast 2000 Kerne ernten. Von jeder Sonnenblume können wir fast 2000 Kerne ernten. Wusstest du das? Nach Angaben des Deutschen Golfverbandes soll es im Jahr 2020 in Deutschland rund 640.000 registrierte Golfspieler geben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Vielen Dank.